Musik 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 Sagen wir dazu, zum Material. Wir sind hier auch im Friesischen. Im Friesischen heißt es Reut. Musik 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 Wenn einer jetzt ein neues Dach haben möchte, dann muss er schon ein Dreivierteljahr bis ein Jahr warten. Musik 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 cutting Wir sind damals angefangen mit einem Dobstadt-Tracker, der hatte auch eine Viererplänkung, so wie der Merlo jetzt. Und die Technik war sehr durcheinander. Der hat die Minde-Achsen gehabt und ein Deutsch-Totor. Und da waren irgendwann die Ersatzteile auch sehr schwer, die heranzubekommen. Und dann über das Internet und über Herma Asmussen sind wir dann zu Merlo gekommen, weil die das Gleiche dann auch hatten und zusätzlich noch diesen Teleskop an. Und das auch mit diesen ganzen Zapfwellen und Hubgeschichten. Und das ist eigentlich optimal für unseren Betrieb. Und in den großen Merlo haben wir dann mal bekommen für Baustellenarbeiten, für höhere Transporte, für Material hoch aufs Dach und all sowas. Die Einheimischen, die kennen wir ja eigentlich alle und die Merlo kennen sie jetzt ja auch. Das ist das Geistpodcast. ."